Dann räumen wir jetzt nicht auf. Aber deine Mama hat doch gesagt, wir sollen... Mama hat gesagt, wir sollen aufräumen, aber nicht wann. Also machen wir es einfach später. Los, ich will spielen. Kommt mit. Ja, hier ist wirklich alles ganz durcheinander, nicht wahr, Rupert? Tutut! Hey, was machst du denn da? Ja, aufpassen! Jetzt fühle ich mich ganz durcheinander. Ich bin bereit. Wir haben die Jungs bloß so schnell aufgeräumt. Ich fang an, okay? Oh, der Ball ist ganz platt. Dann holen wir eine Pumpe. Ich weiß nicht, wo ich sie hab. Vielleicht ist sie in deiner Spielzeugkiste. Ihr hättet sie sehen müssen, als ihr aufgeräumt habt. Aber trinkt erst mal was und in der Zwischenzeit hole ich die Pumpe. Ähm, schon gut, Mama. Wir holen sie selber. Bis hier. Bye. Johann.